Das ist meine aktuelle Funke, die ICHIN TX16S, die zu 90% identisch ist mit der Radiomaster TX16S. Die ICHIN Funke wird sogar von Radiomaster produziert. Heute möchte ich das neue Edge TX 2.6 System auf die Funke aufspielen. Original wird die Funke mit OpenTX ausgeliefert. Ich habe sogar hier die letzte OpenTX Version aufgespielt. Aber bis heute wird kein Touchscreen unterstützt. Hm, aber Edge TX kann Touchscreen. Die ICHIN ist super verarbeitet. Eigentlich eine Radiomaster Funke, die etwas verbessert wurde. Zum Beispiel sind die Gimbals von außen justierbar. So muss man hier die Funke nicht aufschrauben und kann zum Beispiel den Gashebel fester schrauben. Hinten ist so ziemlich alles gleich. Wir haben hier auch 4 Schalter und seitlich jeweils ein Drehrad. Vorne sind auch die 6 Knopf Schalter vorhanden. Also ob ich mit der ICHIN oder Radiomaster TX16S fliege, merke ich hier keinen Unterschied. Radiomaster Funke ist die beste auf dem Markt. Also ist jetzt auch die ICHIN genauso gut. Aber jetzt zum Update auf Edge TX Betriebssystem. Zuerst schließe ich die Funke per USB Kabel an den PC und sichere meine Modelle und die komplette SD Karte. Also starte ich zuerst OpenTX Companion und lade mir meine Modelle von der Funke, sichere die Datei auf meinem Rechner. Die SD Karte nehme ich aus der Funke raus, weil das Kopieren der Dateien über einen Kartenleser schneller läuft. Hier sichere ich alle Dateien von der SD Karte. Jetzt nutze ich das Edge TX Flash Tool, weil man damit leicht eine SD Karte erstellen kann. Also den Edge TX Flash starten. Dann die aktuelle Firmware markieren, wie hier die Version 2.6. Weiter wird die Funke ausgewählt. Ich habe die ICHIN TX16S, also ist das die Radiomaster TX16S. Jetzt kann ich direkt die Firmware auf die Funke aufspielen, wenn diese in DFU Modus ist. Also die Funke ausschalten und per USB Kabel an PC anschließen. Man kann prüfen, ob das DFU Modus funktioniert, indem man Betaflight startet. Und hier sieht man, dass die Funke in DFU Modus SDM32 Bootloader Mode ist. Also kann ich jetzt Edge TX Firmware auf die Funke übertragen. Sollte das Aufspielen der Firmware nicht klappen, wie hier bei mir, dann muss man die Firmware Datei auf die SD Karte kopieren und das Aufspielen der Firmware später manuell durchführen. Also muss ich zurück und ich sichere zuerst die Firmware Datei auf dem Desktop. Im nächsten Schritt erstelle ich die neue SD Karte für Edge TX. Die SD Karte aus der Funke lege ich in das Kartenlesegerät rein, wähle Radiomaster TX16 aus und dazu selektiere ich die Sprachausgabe Dateien. In Deutsch und in Englisch. Dann wähle ich die Lua Script Dateien aus. Ich hätte gerne TBS Crossfire Script Datei, die ich hier aber leider manuell laden muss, weil der Edge TX Flasher hier noch nicht die Datei selber laden kann. Also suche ich nach dem TBS Agent Light und lade die Datei vorerst auf dem Desktop. Das gleiche mache ich mit der ExpressLRS Script Datei. Diese muss ich auch manuell von der ExpressLRS.org Seite laden und auf dem Desktop ablegen. Nun muss noch die SD Karte gelöscht werden. Das übernimmt auch der Edge TX Flasher, der alle Dateien löscht, außer den Modell Dateien und der Systemeinstellungen der Funke. Achte darauf, dass Du das richtige Laufwerk auswählst, weil die Daten unwiderruflich gelöscht werden. Nun kann ich endlich die SD Karte erstellen lassen. Hier werden alle meine gemachten Voreinstellungen durchgeführt und die SD Karte ist nun fertig erstellt. Zum Schluss muss ich noch leider die Edge TX Firmware auf die SD Karte kopieren, weil es zuvor mit dem Flasher PDFU bei mir nicht geklappt hat. Zusätzlich unter Script Tools Ordner werden meine zwei Skripte für meinen Crossfire und mein ExpressLRS Modul kopiert. So jetzt ist die SD Karte endlich fertig und ich kann die Karte in die Funke einstecken. Die Funke einschalten und OpenTX gibt es erstmal eine Warnung, dass sie die Edge TX Karte nicht erkennt. Ich gehe weiter auf die Systemeinstellungen und dort auf der SD Karte gehe ich in den Ordner Firmware und starte die Edge TX Datei. Hier installiere ich den Bootloader von Edge TX und schalte die Funke anschließend aus. Jetzt muss ich in den Bootloader starten, indem ich die zwei Trim Schalter zueinander drücke und den Power Knopf gleichzeitig einschalte. Jetzt sehe ich meinen neuen Edge TX Bootloader 2.6 und kann endlich die Firmware aufspielen. Wähle die Firmware aus und drücke auf Write Firmware. Nach wenigen Sekunden ist die Firmware aufgespielt und die Funke startet Edge TX 2.6. Als erstes muss noch Edge TX die Modell und System Dateien konvertieren und schon bin ich fertig. Übrigens können später alle BIN Dateien in dem Ordner Models gelöscht werden. Edge TX arbeitet nun mit lesbaren XML Dateien, die man sogar selber bearbeiten könnte. Genauso wird die BIN Datei im Ordner Radio gelöscht, der die Systemeinstellungen beinhaltet. Noch sieht alles leer aus, aber das Touchscreen funktioniert. Edge TX 2.6 ist drauf und ich kann links oben draufklicken und ein Modell auswählen. Edge TX hat alle meine Modelle behalten, nur die Bilder und die Layouts zu den Modellen fehlen. Hier kann ich auf die SD Karte in dem Ordner Images noch die Bilder später rein kopieren. Zuerst kann ich mir aber das Layout von meinem Modell einrichten. Dafür drücke ich auf den Telemetrie Knopf und kann hier mein Layout festlegen. In jedem Fensterbereich kann ich ein Widget einlegen. Wie hier rechts im Fenster wähle ich das Modell Widget aus. Links platziere ich das Widget Outputs und schon ist meine Modell Seite nicht mehr so leer. Ansonsten kann ich auch das Farbdesign wechseln, indem ich ein anderes Team auswähle. Fünf Farbthemen sind auf der SD Karte vorhanden, wie ein kontrast starkes schwarz-weiß Team oder vielleicht das grüne Team. Ich habe mir auf jeden Fall mein eigenes Team angelegt in Orange mit meinem eigenen Logo. Hierzu wird am einfachsten ein Team dupliziert und dann angepasst mit eigenen Farben. Auf der SD Karte findet man das eigene Team in dem Ordner Teams. Da findet man auch meinen Hintergrund mit dem blauen Wolken in der Auflösung 480x272 Pixel. Die Fotos für deine Modelle kannst du in den Ordner Images ablegen. Die Bilder sollten nicht größer sein als 480 Pixel breit und 272 Pixel hoch. Und wenn alles geklappt hat, dann sieht dein HDX richtig gut aus. Bei Modellen sieht man jetzt die Bilder, die ich den Modellen zugeordnet habe. Das ExpressLRS Skript funktioniert. Genauso das Skript für das Crossfire Modul läuft. Und per Touchscreen kann ich meine Widgets vergrößern auf das Vollbild oder zwischen verschiedenen Layouts hin und her wischen. Alles klar. Alles läuft. Viel Spaß beim Fliegen.